Hallo liebe Games-CH-Leser, euch und allen anderen Gamer da draußen ein herzliches Willkommen zu diesem Testvideo, in dem wir euch ausnahmsweise nicht bloß ein Spiel, sondern Sonys bald erscheinende Spielekonsole Playstation 5 vorstellen möchten. Wir konnten nämlich bereits einige Zeit vor dem Verkaufsstart am 12. bzw. 19. November das Gerät ausführlich unter die Lupe nehmen und möchten euch unsere bisherigen Eindrücke von PS5, DualSense-Controller, Abwärtskompatibilität und Co. nicht vorenthalten. Auf die reinen Leistungsdaten von Haupt- und Grafikprozessor der PS5 müssen wir an dieser Stelle wohl nicht noch einmal ausführlich eingehen. Denn die hatten Sony und Chefentwickler MacCherney ja bereits vor geraumer Zeit öffentlich gemacht, weshalb wir uns vor allem auf die Aspekte konzentrieren wollen, über die bislang noch nichts oder noch nicht alles bekannt war. Äußerlich unterscheidet sich die PS5 zunächst mal nicht nur bei Farbgebung und Design deutlich von sämtlichen Vorgängerkonsolen, sondern auch bei der Größe. Mit 26,5, 38,5 und 10 cm übertrifft die PS5 all seine Vorgänger zumindest beim Volumen deutlich. Mit einem Gewicht von rund 4,5 Kilo in der uns vorliegende Version mit integriertem UHD-Blu-Ray-Laufwerk ist die PS5 allerdings lediglich etwas mehr als 1200 Gramm schwerer als die PS4 Pro. Bei der sogenannten Digital Edition ohne Laufwerk, die ein Fünftel weniger kostet als die, nennen wir es mal, reguläre PS5 sind es sogar nur 700 Gramm mehr als bei der Pro. Abseits des geringeren Gewichts durch den Wegfall des Laufwerks gibt es nur einen Unterschied der naheliegender Weise, den nicht vorhandenen Auswurfknopf betrifft. Bei allen Modellen gibt es also vorne neben dem Powerknopf jeweils einen USB 2.0 und einen USB-C-Port und hinten zwei schnelle USB-Schnittstellen, an die etwa externe Festplatten zur manuellen Speichererweiterung angeschlossen werden können. Zudem gibt es dort einen Ethernet-Port für den Internetanschluss via Kabel. Die interne Antenne mit Wi-Fi 6 Standard, für Controller und andere kabellos verbindbare Peripherie kommt Bluetooth 4.1 zum Einsatz, leistet aber sehr gute Dienste. Selbst an Orten, an denen manch andere Geräte bei uns schon keine stabile Verbindung mehr zum Router herstellen können, konnten wir uns noch mit dem PSN verbinden. Beide PS5-Versionen verwenden bekanntlich eine schnelle SSD als Speicher. Von den 825 GB könnt ihr allerdings maximal 660 GB frei verwenden. Da zusätzlich ein Teil des prinzipiell frei verwendbaren Speicheranteils für andere Zwecke reserviert wird, sind es effektiv aber noch weniger. Die Menge des reservierten Speichers hängt dabei von den installierten Anwendungen ab, was bei uns etwa 100 GB beansprucht. Bleiben also in unserem Fall letztlich noch 550 GB, was in Anbetracht der heutigen Installationsgrößen schnell eng werden kann. Ihr habt allerdings die Möglichkeit, externe Festplatten via USB anzuschließen, die auch für Spieleinstallationen verwendet werden können. Unter der abnehmbaren oberen Gehäuseabdeckung bzw. der linken in horizontaler Position befindet sich zudem ein Slot für eine zusätzliche SSD mit NVMe-Schnittstelle. Aber wo wir schon bei senkrecht oder waagerecht sind, in beiden Fällen müsst ihr den mitgelieferten Standfuß verwenden, bei dem wir nach dem Auspacken ziemlich skeptisch waren. Denn das Ding wirkt recht wackelig, gibt der PS5 aber letztlich dennoch eine mehr als ausreichende Stabilität. Die Verwendung ist zudem kinderleicht und die Konsole steht oder liegt innerhalb weniger Minuten einsatzbereit, neben eurem Fernseher. Zu beachten ist aber jedoch, dass das Gehäuse in waagerechtem Zustand nicht belastet werden darf. Wir würden zwar generell bei allen Konsolen davon abraten, irgendwelchen Kram obendrauf zu stellen. Bei der PS5 ist das in jedem Fall ein absolutes No-Go, da ihr das Gerät in waagerechter Position dabei quasi aus der Balance bringen würdet. Deshalb würden wir auch eher zur aufrechten Positionierung raten, zumal ihr so im Zweifel weit weniger Raum verschwendet. Ähnlich komfortabel ist die Einrichtung der Konsole nach dem Anschluss an die Steckdose, wobei im Karton mit HDMI-Kabel und Co. natürlich alles mit dabei ist, was ihr braucht, um den Zauberkasten mit dem TV, Beamer oder Monitor zu verbinden. Ihr werdet durch alle wichtigen Schritte hindurchgeleitet und könnt dabei auch direkt Verknüpfungen zu sozialen Netzwerken herstellen und bekommt auch gleich die wichtigsten Entertainment-Apps vorgeschlagen. Wer sich es zutraut, kann die nicht zwingend notwendigen Einrichtungsschritte einfach später manuell vornehmen und natürlich auch zuvor vorgenommene Einstellungen anpassen. Besser kann man es nicht machen. Was sich ebenfalls ändert, ist die Menüstruktur, die deutlich aufgeräumter wirkt als auf der PS4. Hier sind alle Funktionen sinnvoll zusammengestellt, auch wenn man sich erst an die etwas andere Funktionsweise des PS-Buttons gewöhnen muss. Drückt man den nämlich, erscheint einem ansonsten freien unteren Bildschirmrand eine Menüleiste, über die ihr zu allen weiteren wichtigen Bereichen wie Chat-Nachrichten oder auch den Power-Optionen gelangt. Auch in Bezug darauf ist also alles übersichtlicher geregelt und nach einer kurzen Eingewöhnungszeit findet man alles erheblich schneller als in früheren Menüüberflächen von Sony. Die Konsole selbst läuft dabei indes angenehm leise. Auch nach längeren Spielsessions dreht bei uns der Lüfter nie so penetrant auf, wie es bei manchen Modellen der PS4 der Fall war. Relativ laut wird es lediglich, wenn ihr Spiele von Disk installiert, auch wenn die Dämmstopfen innerhalb des Gehäuses größeren Lärm effektiv vermeiden dürften. Eines der absoluten Highlights der PS5 ist der beiliegende DualSense-Controller, wobei ihr an der neuen Konsole auch weiterhin eure DualShock 4-Gamepads von der PS4 verwenden könnt. Der DualSense unterscheidet sich zunächst äußerlich deutlich von seinem Vorgänger durch die insgesamt bulligere Gestalt, die insbesondere aufgrund der längeren Haltezapfen stärker dem aktuellen Xbox One-Controller ähnelt und mit 283 Gramm tatsächlich exakt dasselbe Gewicht auf die Waage bringt. Im Rahmen dessen liegt das Pad deutlich besser in der Hand und sollte auch Spielern mit größeren Händen weniger Probleme bereiten als der DualShock 4. Der DualSense bringt praktisch alle Funktionen mit, die auch das Vorgängermodell hatte. Es gibt dieselbe Anzahl an Knöpfen und auch ein nun deutlich besser positioniertes Touchpad ist wieder mit dabei, genauso wie eine Motion-Control-Funktion. Zusätzlich zum Lautsprecher und dem Kopfhöreranschluss gibt es zudem ein Mikrofon, das eine erstaunlich gute Soundqualität liefert. Die größten Stärken sieht man dem Controller von außen jedoch zunächst nicht an, denn die bestehen in den einzelnen ansteuerbaren Rumble-Motoren und den neuen Triggern, die sich allgemein deutlich besser drücken und damit auch besser dosieren lassen. Die Rumble-Funktionen kommen am besten im vorinstallierten 3D-Jump'n'Run Astros Playroom zur Geltung. Da spürt man wirklich jeden Schritt des kleinen Roboters in Form feinster Vibrationen und auch komplexere Aktionen beim Klettern, dem Fliegen mit dem Gleitschirm oder dem Rausreißen von Kabelsträngen in der Umgebung fühlen sich einfach nur umwerfend an. Gleiches gilt für die Nutzung der Trigger, die über eigene Rumble-Motoren verfügen. Microsoft hatte etwas Ähnliches mal beim ersten Pad der Xbox One probiert, es aber bei weitem nicht so gut hinbekommen. Wie gut und stark die Funktionen im Cotton Wie gut und stark die Funktionen in kommenden Spielen genutzt werden, muss natürlich die Zeit zeigen. Allerdings deutet der Dual-Send sein Potenzial mehr als nur an. Man darf also in Rennspielen etwa in Bezug auf die Bodenverhältnisse bei Jump'n'Runs ja eigentlich in jedem Genre darauf gespannt sein, was da noch alles kommt, denn die Features könnten in vielerlei Hinsicht die Immersion drastisch erhöhen. Übrigens hat der DualSense eine beinahe doppelt so hohe Akkukapazität wie der DualShock 4. Viel länger hält er aber nur durch, wenn die Rumble-Funktion nicht ständig zum Einsatz kommt. Aber mal ehrlich, wie oft spielt man schon 10 Stunden am Stück? Doch lass uns zum Thema Abwärtskompatibilität kommen. Von den mehr als 4000 PS4-Spielen könnt ihr nämlich beinahe alle auch auf der PS5 starten und spielen. Aktuell warten zwar noch ein paar Titel auf entsprechende Updates. In unserer mehr als 300 Spiele umfassenden Bibliothek gab es lediglich drei Titel, die erst noch fit gemacht werden müssen, was voraussichtlich noch vor dem Launch der Konsole passieren wird. Sämtliche First-Party-Titel aber funktionieren bereits jetzt einwandfrei auf der PS5. Wir konnten zudem bei allen ausprobierten Spielen, darunter auch Third-Party-Titel wie Red Dead Redemption 2, die Cloud-Saves von der PS4 problemlos nutzen. Sämtliche Spiele profitieren dabei von den schnelleren Ladezeiten der SSD, selbst die, die nicht explizit via Update an die höhere Leistung der PS5 angepasst wurden. Als Beispiel sei FromSoftware's Bloodborne genannt. Da heute doch die Reise aus der Spielwelt in den Jäger-Traumhub noch knapp 15 und zurück in die Spielwelt etwa 30 Sekunden, ist nun in beide Richtungen noch jeweils die Hälfte der genannten Zeit notwendig. Zudem läuft das Spiel erheblich stabiler, zeigt weniger Kantenflimmern oder Texturnachlader. Besonders auffällig sind die Verbesserungen bei Days Gone. Denn während das Spiel auf der PS4 die 30 Frames nicht gerade konstant erreichte, liegt die Bildrate nun bei 60 Frames, wobei wir nicht davon ausgehen, dass bei einem 120 Hertz TV auch die theoretisch möglichen 120 FPS erreicht werden. Zudem wirkt das Bild insgesamt deutlich schärfer, weshalb wir davon ausgehen, dass Days Gone nun auch in nativem 4K läuft. Klar ist lediglich, dass ihr alle eure PS4-Titel nur nutzen könnt, wenn ihr entweder die Version mit Disklaufwerk besitzt oder die Spiele in eurem PSN-Konto als Download-Version habt. Aber das war vorher schon klar und ändert nichts daran, dass die Abwärtskompatibilität sehr gut funktioniert und in Fällen speziell für die PS5-optimierte Version gravierende Vorteile mitbringt, wie eine Erhöhung von Bildrate und nativer Auflösung, die in den Ur-PS4-Versionen im Zweifel in irgendeiner Form begrenzt waren. Spielen könnt ihr indes auch beinahe alle PSVR-Titel. Ausprobieren konnten wir die allerdings zum Testzeitpunkt noch nicht. Denn man muss via Adapter die PS4-Kamera an die PS5 anschließen, da die dafür notwendige native Schnittstelle an der Konsole fehlt. Kaufen müsst ihr den Adapter aber nicht, denn unter Angabe der Seriennummer eures PSVR-Headsets könnt ihr bei Sony einen kostenlosen Adapter anfordern. Wie üblich bei jeder neuen Spielekonsole ist unser Praxistest nur eine Momentaufnahme, denn viel hängt von den Spielen ab und wie die Entwickler die Hardware-Leistung oder auch die Funktionen des Dual-Sense-Controllers in ihren Spielen nutzen. Unseren bisherigen Eindrücken nach aber bringt die PS5 alles mit, was wir von der neuen Konsole erhofft haben und deutet insbesondere mit dem neuen Gamepad ihr zukunftsweisendes Potenzial an. Könnt ihr also guten Gewissens zuschlagen? Unsere Antwort ist ein glasklares Ja. Weitere Eindrücke und Infos von der PS5 findet ihr wie immer auf Games.ch und doch zudem in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten natürlich Tests zu allen wichtigen Spielen. Wollt ihr nicht die anderen sagen, was passiert ist. Ich will nicht, dass ihr euch zu schuldigen. Es ist ein guter Freund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017